Denn bei Daylight Der Tod ist kein Ausweg Eisenwerk der Qual, das Macmillan-Anwesen Mal schauen, wie wir uns hier schlagen Ja, da habe ich jetzt auch nicht aufgepasst, muss ich ehrlich sagen Hätte also auch ich sein können Okay Das brachte sie wohl dazu aufzugeben Und jetzt muss ich ein bisschen wilder rumgucken Entschuldigung, schon mal dafür Okay, er jagt jemand anderen Das sah jetzt ein bisschen blöd aus Aber ich habe den Schlag eingesteckt, weil er unten links zu sehen Mit einem Schlag Niedergestreckt werden kann Doch gebracht hat es leider auch nichts Das wird er jetzt wahrscheinlich gesehen haben mit Barbecue Aber ich bin vorher gehalten und kann vorher weg Und der killt sich auch Also macht die Runde eigentlich keinen Sinn mehr Machen wir das schnell Nein Töte mich Töte mich Vielleicht will er ein gelbes Mori machen Töte mich Kein gelbes Mori Ich will nicht die Ich will nicht die Luke Ich will, dass du mich einfach nur tötest Ich habe die Luke nicht verdient Ich will sie auch nicht Ich will sie auch nicht Ich will sie auch nicht Na gut Dann nehme ich die Luke Can't we miss their ghost face Machen Sie das Ich bin zu이라고 Da hat er leider recht. Bekam ich die 13.000 Punkte, jetzt war ich auf seinem Rücken immer mal wieder. Ah ja, in die nächste Runde. So, was haben wir hier? Die Pale Rose. Backwater-Sumpf. So, ich mach mal den Generator. Und mal sehen, wen der Killer zuerst findet. Noch ist nichts zu sehen von dem Killer. Jetzt bin ich ein bisschen ängstlich. Oh. Jetzt hatte ich ein bisschen... Ah, es ist ein Fallensteller. Okay, er hat schon mal eine Falle gestellt. Ich glaube, oben irgendwo. Er kam aus der Richtung, glaube ich. Jetzt hat die Frage, was er schon alles für Fallen gestellt hat. Es hat ja ein bisschen gedauert, bis er bei uns ankam. Das heißt, er könnte schon ein paar Fallen gestellt haben. Vermute ich jetzt einfach. Ich mach jetzt den Generator noch fertig. Nein, mach ich nicht. Scheiße. Mist. Ich glaube, der Dwight hat die Falle entschärft da oben. Und fertig. Dann suche ich mir einen anderen Generator. Und falls ich einen Totem sehe auf dem Weg, mach ich das auch noch. Okay. 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 Die können sich jetzt gegenseitig heilen. Und ich gucke mal, ob ich hier irgendwie an den Fallensteller vorbeikomme, um den Dwight dann zu holen. Weil wenn er Barbecue hat, hat er gesehen, dass ich hier bin. Und die anderen zwei da oben. Da ist er. Jetzt geht er da gucken, wo ich für war. Da hat er bestimmt alles Fallen gestellt überall. Jetzt muss ich ein bisschen... ...aufpassen. So, hier sehe ich noch keiner. Da ist einer. Ja, ich muss halt ein bisschen aufpassen, ne? Ich renne hier nicht wie wild runter und dann laufe ich auch noch in der Falle. Jetzt laufe ich natürlich ins gar nichts. Das ist jetzt nicht gut. Ja, hier ist gar nichts. Wenn ich jetzt der Fallensteller wäre, aber da ist ein Tod, dann würde ich jetzt auch hinter mir hergehen. Ja, jetzt bin ich wirklich doof gelaufen. Ich wusste aber auch nicht, dass ich hinten an der Seite rauskomme. Ich dachte eigentlich, dass ich vorne rauskomme. Ein bisschen Orientierung verloren. Danke, Zadette. Aber das hat nicht gereicht, leider. Ich glaube, es hat er nur angedeutet. Gertweid müsste jetzt eigentlich weggehen. Damit der Fallensteller auch weiter weg geht. Danke dir. Entschuldigung, musst du kurz niesen. Musste ich mich kurz muten. Achso, ja, ein Tod, den hatte ich da auf dem Weg gesehen. Musste ich mich gleich nochmal niesen. Ah, das war jetzt blöd. Ähm. Ich schaue mal, ob ich hier oben irgendwas finde. Und hoffe, dass er die Fallen nicht neu gestellt hat. Er stellt es jetzt gerade neu. Ich hoffe, da ist keine Falle. Ich hoffe, da ist keine Falle. Jetzt laufe ich schon wieder in nichts. Hier ist einfach nichts in der Mitte, ne? Das ist so schade. Das ist so kacke. Ja, und jetzt werde ich in den Keller gebracht. Das ist in der Mitte ist einfach gar nichts außer Gras. Oh ja, Gänzen. Dachte, jetzt könnte ich trinken. Ja, jetzt wird er da oben alles zustellen. Jetzt müssten sie eigentlich mich in Ruhe lassen. Am besten. Und einfach den letzten Generator machen. Einer wird gejagt. Das ist bis zum Schluss geschlichen. So, und was ist... Also hier in der Mitte ist einfach totes Feld. Ich weiß nicht, steht da oben die Palette noch? Hat die jemand wieder aufgestellt? Nee. Danke dir. Und der Generator war ja gemacht, ne? Nee. Okay. Machen wir den Generator. Genau. Geh du mal retten. Ich versuche den Generator hier weiterzumachen. Und wenn er kommt, dann ist das Fenster dann mein einziger Ausweg. Aber ich glaube, da kann er auch hoch. Ich muss dann gucken, ob er hier hochkommt. Am besten. Okay. Ich werde den Generator wahrscheinlich nicht durchkriegen. Ja. Da gehe ich nicht lang. Da hat er schon eine Falle gestellt. Und jetzt bin ich auch tot. Gut. Jetzt müsste die eigentlich ganz schnell den Generator da machen. Aber das wird nix, da sie ein bisschen rumschleicht. Und wir gucken gleich, was die anderen noch so treiben. Jetzt hat er sie wahrscheinlich gesehen. Und jetzt definitiv gehört. Gucken, was die Kredet macht. Okay, sie kam davon. Aber jetzt wird wahrscheinlich wieder die Generatoren ablaufen. Und somit die Kredet hier bei ihrer Arbeit stören, nehme ich an. Ja. Und da ist die Frage, hat er die Falle wieder aufgestellt? Ah, okay. Ja. Gut gestellte Falle. Gut gestellte. Gut gestellte. Gut gestellte. Hat die jetzt Glück gehabt, dass es da nicht keine Falle mehr steht? Ja, du hast gesehen, dass da keine Palette mehr ist, ne? Ich hoffe, mein Schlürfen von Kaffee ist nicht zu laut. Ich habe mich jetzt gerade realisiert, dass ich da ein bisschen schlürfe. Und hier hoffe ich, hat er die Falle nicht mehr aufgestellt, aber das hatten wir ja eben schon. Hat er auch wieder gut gespielt? Ja, aber diese kurze Entfernung vom Ort, wo sie umgefallen ist, bis zu dem Haken hätte nicht gereicht. Deswegen hat sie wahrscheinlich gar nicht mehr gekämpft. Nehme ich an. Ja, mal gucken, ob sie die die Luke findet. Das war jetzt ein bisschen komisch. Der muss sie doch gesehen haben gerade noch. Oder kam er da irgendwie um die Ecke? Ich würde vermuten, dass es irgendwo außenrum in irgendeiner Ecke ist, die Luke. würde einfach mal den Rand ein bisschen ablaufen. Obwohl bei dieser Map vermute ich irgendwie immer, dass es außenrum ist. Und dann ist es genau bei diesem Feld da in der Mitte, wo nichts ist. Aber es kann in Ecken spawnen, glaube ich. Lauf mal weiter die Ecken ab, weil da auf dem Schiff warst du schon. Ja, er hat sie gefunden. Oh, nöt. Ja, und wenn sie das jetzt entfernt, dann wird er sehen, wo sie ist. Natürlich kann sie wegschleichen. Wenn sie Glück hat, sieht er sie nicht. Würde sie es nicht wegmachen, das ist natürlich dann die Gefahr, wenn er sie dann sieht, wenn sie das Tor aufmacht. Okay. Gefährlich, gefährlich, gefährlich. Frag mich, wo die Luke jetzt war. Wahrscheinlich genau in der Ecke hinter dem Schiff, oder wie? So, jetzt gibt es nämlich einen Trick. Du öffnest bis, äh, kurz bevor das erste Licht angeht. Da hat sie jetzt zu voreilig, weil, ähm, dann hätte er nicht gesehen, eventuell, also das Licht hätte er nicht gesehen. Und dann hätte er nicht gewusst, dass sie da schon angefangen hat. Das Fenster da ist, äh, eine Falle davor, das wissen wir ja. Ja. Und die Palette finde ich einfach eine der unnützesten Paletten überhaupt. Also, ich verstehe schon, dass sie das Balancing und so noch ein bisschen angleichen müssen, dass die, manche Paletten zu stark sind, aber die ist definitiv zu schwach. Das ist einfach nur eine Verschwendung von Palette. Finde ich jedenfalls. So, was hat er denn? Nö, das wissen wir. Beste kommt zum Schluss. Potale Stärke und Popcoaster Weasel. Schön, schön. Ich habe am wenigsten Punkte. Wohl nicht so gut gespielt. Der Schlüssel hätte natürlich ärgerlich für ihn werden können. Der ist aber auch ziemlich... Ist er früh gestorben? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, am Schluss waren die zwei noch übrig. Gut. So, das war's.